Seid gegrüßt ihr da draußen und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei mir auf der Talbach-Map. Ich habe eine neue Anschaffung getätigt und zwar habe ich es jetzt endlich mal gemacht. Ich habe mir die große Krone Big Pack 1290 aus dem Strohbergungs-DLC gekauft. Es ist einfach eine Presse. Es gibt nicht viele Pressen auf Moralistic, muss man mal noch so dazu sagen. Die ist von den Funktionen ja ganz cool und ich werde jetzt sehr viel Quaderballen machen. Auch aus dem Grund heraus, dass ich Strohpellets machen möchte und auch Heupellets, die Comprima, wir gucken jetzt einfach nochmal, die Prämos. Die Prämos ist zwar geil, aber selbst mit einem 400 PS, ich habe jetzt das neueste Update der Strohbergung drauf, über 5 km komme ich nicht. Das ist auch normal, das ist auch okay, nur ist das schon eine ganz schön lange Geschichte. Deshalb würde ich immer noch für den einen Einsatz im Jahr das Teil mieten und den Rest würde ich hier pressen. So, viel mehr gibt es da jetzt aber auch nicht zu labern. Ich möchte pressen. So, den hat nochmal an. Hier haben wir die Beleuchtung an. Zack, 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 zack. Was ziemlich geil ist, bei der Presse kann ich hier per Druck Y das Teil quasi auseinanderklappen und Hintergrund ist, dass ich dann den Ballengarn dort im Prinzip nachfüllen kann. Na, ihr seht das jetzt hier, habe ich schon aufgerüstet, ich hatte mir da noch eine Palette geholt, ganz voll ist es allerdings nicht. Hier pät noch was, glaube ich. Ähm, das ist eine ziemlich coole Geschichte, so kann ich das schön auffüllen. Das fetzt schon mal. Und ich habe hier Hoffnung, in einer recht hohen Geschwindigkeit fahren zu können. Ich setze jetzt mal 15 kmh an. Und wir schauen mal, ähm, wie das so läuft. Machen wir hier das Dachfenster auf. Da haben wir ein bisschen mehr Sound. Und dann klappen wir die Kiste hier erstmal aus. Los geht's. Wobei das schon ganz schön laut ist. Also mit 15 kmh sollten wir eigentlich zurande kommen. Ich muss natürlich auch ein bisschen aufpassen, ähm, dass ich hier den Schwad auch noch erwische. Und so sollten wir relativ schnell pressen können. Der Traktor hier hat ja auch über 300 PS, sollte also auch nicht das Problem sein, die 15 kmh hier zu schaffen. Ich habe Videos gesehen auf YouTube, wo ein Fan 1050 beispielsweise sogar über 25 kmh fährt. Ist sicherlich seltener der Fall, aber es geht. Hinten Heckachse ist mitgelenkt, somit haben wir einen richtig schönen kleinen Wendekreis für so einen riesen Gespann. Und die 15 kmh sind hier wirklich ohne Probleme machbar. Kein Allrad oder dergleichen an. Tipptopp. Ja, und so werde ich jetzt alle Felder pressen. Wie gesagt, das Feld am Haupthof, die Strohballen lagere ich mal ein. Für den Kuhstall im Winter haben wir da einen erhöhten Bedarf. Den Rest bringe ich zur Pelletfabrik. Das wird dann im Winter verarbeitet, zu Strohpellets. Aber dann haben wir ja noch drei Felder. Und da kriegen wir, denke ich mal, eine ganze Ecke runter. Von daher ist der Deutz hier, der V9 Serie, schon ganz cool. Zieht ordentlich was weg. Ich denke mal, mit unter 300 PS, also 250 PS vor Ort, die Maschine. Ich denke, alles drunter oder bei 250 wird dann schon ganz schön quälend. Wobei man hier vielleicht auch mal gucken könnte, ob ich die Drehzahl weiter runter bekomme. Ich weiß nicht, ob es so notwendig ist. Wir sind ja bei fast, naja, 2100 Umdrehungen. Das ist schon ordentlich. Was man hier auch schön erkennen kann, ist jetzt hier diese blattgefahrene Brucht, also die Stoppeln. Auch durch das neue Bodenmodul der Fruchtzerstörung ist es mit integriert worden, dass wir auch Stoppelnblatt fahren. Bei Pflegebereifung ist es nach wie vor noch so, dass Leaksblatt gefahren wird. Das noch mal zur Info. Bodenmodule etc. pp. Das habe ich auch alles in der Videobeschreibung verlinkt zu den allen möglichen Mods, die ich verwende und die auch quasi öffentlich downloadbar sind. Den hat hier, oder das hat, das hat, kann ich mir hier leider nicht ausblenden. Zumindest habe ich jetzt noch nicht rausgefunden, wie. Auf dem Num-Block die 0 geht nicht, auf dem Num-Block Enter geht nicht. Keine Ahnung. Wir pressen jetzt hier einfach mal lockerflockig durch. Jetzt haben wir einen Ballen in der Vorbereitung, einen schon draußen, wenn ich das richtig sehe. Jawohl. Und das geht jetzt hier Schlag auf Schlag. Wenn man hier mal sich den Hut einblendet. Dann sehen wir, ja, es springt halt in sehr großen Schritten. Ihr seht das schon. 1.800 auf 2.056. Also er lädt hier richtig schön schnell ein. Das ist klasse. Und ich denke, bei dem Schwad hier sind 15 km auch völlig in Ordnung. Ich könnte jetzt nochmal gucken, ob ich per Handgas die Drehzahlen ein bisschen runterbekommen. So, beispielsweise könnte das doch auch reichen. Das passt, da sind wir bei geschmeidig 1.800. Per Handgas runtergeregelt. Können wir uns hier in der Gearbox nochmal angucken. 1.850 in etwa. Das ist in Ordnung. Damit kommt das Gespann hier klar. Über 2.000 ist mir schon ein bisschen viel. Schlupf haben wir auch. So gut wie gar keinen. Heißt also, die Leistung hier beim Traktor reicht völlig aus. Ich glaube, 313 PS haben wir. Sehr schön. Also dafür, dass es jetzt kein Mod ist in dem Sinne, sondern einfach ein Inhalt aus dem DLC, finde ich die Presse trotzdem sehr gut. Ich habe schon mal mit der gepresst. Aber mir gefällt sie einfach. Genauso wie die kleine Rundballenpresse. In Anführungszeichen die kleine. Das ist dann die Comprima, die funktioniert auch sehr gut. Kann man sich nicht beklagen. Gut, Dynamic Hose, das haben wir jetzt hier nicht. Aber Zapffälle muss ich auch separat anschließen. Netzrollen auffüllen und so weiter und so fort. Dadurch, dass ich den Hat jetzt hier mal ausgeblendet lasse, haut das auch mit dem Ballenzähler, glaube ich, nicht so richtig hin. Jetzt sind wir da das typische Problem. Das stört mich jetzt aber auch nicht weiter. Aufgefüllt habe ich prinzipiell genug. Interessant wäre das schon mal mit einem 1038 oder einem 1050 Fendt hier in sehr hoher Geschwindigkeit drüber zu bügeln. Und zu pressen, aber... Ah, die Presse ist aus. Oh, na nun. Ist die Drehzahl doch nicht genügend, oder habe ich hier was Falsches gedrückt? Ja, auch das passiert, wenn ich die Anzeige hier im Cockpit nirgendwo habe und mir den Hat natürlich ausblende. Dann klappt das nicht. Das müssen wir jetzt nochmal beobachten, ob das mit der reduzierten Drehzahl zusammenhängt, oder ob ich was Falsches gedrückt habe. Na ja, haut hin, ne? 1850 Umdrehungen. Die Presse bleibt an, dann habe ich mich wahrscheinlich verdrückt. Passiert. Was ich mal noch gucken kann, obwohl in den Spiegeln sehe ich das alles gut. Mal schauen, ob ich die noch nach unten machen kann. Dann hätte ich den Pickup noch so ein bisschen im Blick. Das war eigentlich gar nicht so blöd. Jetzt halt der Ballenzähler nehme ich auch hin. Kleiner Fail von mir. Das ist alles noch an. Deshalb macht man ja eigentlich immer mal diesen überprüfenden Blick. Dreht sich da noch alles, ist da nichts verstopft, passt da alles. Ja, schiebt auch schön hinten raus. Sieht schon ganz cool aus. Mal schauen, wie viele Ballen wir hier in Summe runter bekommen. Ein bisschen was dürfte das schon sein. Ich werde dann wieder mit dem Autostuck aufsammeln. Wahrscheinlich mit dem Case. Weil den Deutz brauche ich da von der Leistung her nicht. Ich kann auch gleich am Ende des Videos nochmal was zur Kubikmeterzahl Prohektor sagen, was ich jetzt hier runtergeholt habe an Gerste. Das habe ich mir, wie gesagt, alles in der Excel schön aufgeschrieben. Und das können wir auch gleich nochmal schauen, beziehungsweise kann ich gleich nochmal nachschauen. Das machen wir am Ende des Videos. Ja, mit so einem Gespann lässt sich das arbeiten, ne? Das geht da hier, guck, zuck. 4.000 Liter Vollvolumen. Ah, ne, sogar 5.700 Liter Vollvolumen. Da lässt sich mit arbeiten, ne? Da können wir richtig viel machen. Ich überlege noch, wenn ich die Ballen einsammle mit dem Autostuck, ob ich jedes Mal 10 Stück passen da ja drauf, ob ich dann jedes Mal direkt abfahre oder ob ich sie doch wieder sammle und per Teleskoplader verlade. Wenn ihr das sehen wollt, das Verladen normal, Quaderballen hier, Stroh, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Würde ich aber aller Wahrscheinlichkeit nach in einem Pure Sound Video machen. Da gibt es halt nicht viel zu erzählen, ne? So, 4 haben wir schon draußen. Hier ist noch ein bisschen was zu pressen. Zwei weitere Felder, drei weitere Felder sind es noch. Ich habe ja auf allen dreien Gäste gemacht. Und da werden wir schon noch richtig Geld haben. Ich habe jetzt noch 138.000. Die Presse hier hat über 200.000 gekostet. Ich hatte noch Mais eingelagert. Und da ist jetzt gerade preistechnisch Huxuson gewesen. Warum habe ich den mal noch verkauft? Ursprünglich wollte ich den ja für Schweine, aber Schweine machen wir ja jetzt auf das Iversusum. Von daher brauchen wir den Mais in dieser Reihenform hier auch nicht. Was wir dann später mal noch machen könnten. Ich muss jetzt halt mal zusehen, ein bisschen Geld ran zu schaffen. Ich würde sehr gerne die Biogasanlage in Betrieb nehmen. Das sind auch, ja, das ist auch gut eine Viertelmillion. Und da müssen wir natürlich dann aufgrund des BGA-Skriptes kontinuierlich befüllen. Das heißt auch kontinuierlich Mais ausbringen, kontinuierlich Silage machen. Das wäre aber mal noch so mein Ziel hier auf der Talbach. Das hier so ein bisschen hochzufahren. Bietet sich ja auch mit einem Fruchtwechsel an, ne? So, ich würde jetzt gerne mal austesten, was die maximale Geschwindigkeit unter More Realistic hier mit der Presse und dem Traktor wäre. Wenn ich das Handgas jetzt nochmal rausnehme, dann geht die Presse natürlich aus. Anliste schon wieder auf über 2.000. Wir probieren es jetzt einfach mal aus. Was hier die Höchstgeschwindigkeit ist. Pickup ist unten. Ich bin gespannt. 20, 21, 22. 22, 23 kmh. Also 23 kmh ist hier Maximum. Allerdings ist mir das jetzt hier wirklich eine Runde zu schnell, muss ich sagen. Darum werden wir wieder auf die 15 zurückgehen. Das reicht mir aus. Dann lassen wir die Drehzahlen nochmal per Handgas. Was haben wir gesagt? 1800, ne? So. Pickup runter. Auf geht's. Also jedes Mal, wenn ich natürlich auch eine Handgasanpassung mache, geht so eine Presse hier aus. Jetzt sind wir hier. 1800. Da können wir sogar noch einen ganz kleinen Müh hoch. Mal wieder bei 1850. Und da passt das. Das war auch ein Tipp von euch. Wenn die Drehzahl zu hoch ist, gerade beim Mähen hatte ich das auch schon mal, hat jemand in die Kommentare geschrieben, regelst du einfach per Handgas ein. Habe ich jetzt gemacht. Ich hoffe, das ist auch relativ realistisch, das so zu machen. Aber 2100. Ich weiß nicht, wie viel an die Zapfwelle abgegeben wird. Die 2100 ist ja hier Motor-Drehzahl und nicht Zapfwellen-Drehzahl. Von daher kann ich jetzt nicht sagen, wie viel an die Zapfwelle abgegeben wird. Aber ich denke mal, wenn ich hier 1800 fahre, dann kommt noch genug an der Zapfwelle an. Ich könnte auch 1900 fahren. Ja. Oder 1950. Oder 1920. Das ist auch okay. Mal schauen, ob ich hier auf der Silbersusum auch nehme. Die ist von der Größe her schon geil. Sie ist trotzdem sehr wendig. Sie macht schöne große Ballen. Und arbeitet halt hier ruckzuck durch. Man könnte von der Theorie her noch den Ballen-Collector hinten nehmen, dass er drei Ballen auf einmal ablegt. Und brauche ich jetzt hier an der Stelle aber nicht. Weil, wie gesagt, außer die andere Standard-Presse, die es hier noch im Spiel gibt, Mod-Pressen mit Moralistic. Ich hatte die alte New Holland, okay, die hat aber ein sehr komisches Ballen-Format, muss ich sagen. Zumindest habe ich nicht gecheckt, wo man das einstellen kann. Ansonsten war das auch eine sehr schöne Presse. Aber dann gibt es halt nicht viel. Also ohne Moralistic gibt es ein, zwei Sachen. Mit MR Sieht es da schon dünn aus und MR brauche ich auf jeden Fall. Ich bin 15 kmh, das ist eine gute Arbeitsgeschwindigkeit. Was sagt ihr denn? Passt das so? Nach wie vor noch ein schöner Schlepper. Hat auch noch viel zu wenig auf der Uhr. 21 Stunden bin ich mit dem gefahren. Das ist so gut die Hälfte vom Case vom 165er, den ich hier noch habe. und nicht viel im Einsatz das gefährt. Oh, da haben wir ein bisschen zeitig abgesetzt. Beziehungsweise den Pick-up zu zeitig hochgewohnen. Müssen wir nochmal korrigieren. Ich würde sagen, die Bahn fahren wir jetzt noch fertig. Jetzt geht er hier relativ zügig. Wir sind també, wir sind da, Schon wieder zu zeitig. Mit dem Handling muss ich mich noch so ein bisschen rein gewöhnen. Da habe ich das Feingefühl noch nicht ganz so. Also ich werde Rundballen beim Heu definitiv fürs Füttern lassen, aber für die Pelletproduktion gehe ich auf Korda. Schade, dass es nicht irgendeine Mod gibt, so als stationäres Gerät zum Pellet produzieren. Das wäre noch ganz cool, damit man nicht immer die Prämors mieten muss, wenn man irgendwo ein stationäres Gerät hat. Das gibt es ja sicherlich bestimmt auch. Ich glaube auch jemand hat mal geschrieben, dass ich auch die Ballen einfach so in den Trichter schmeißen kann, aber ich wüsste nicht wieder Pellets rauskommen sollen. Also auch vom Verständnis her, die Prämors hat ja Walzen, zwischen den Walzen wird das Stroh durchgepresst und dadurch entstehen ja diese Pellets, durch extrem hohen Druck. Und wie soll das in dem Trichter gehen? Es sei denn, der Trichter hätte ebenfalls Walzen, aber kann ich mir so nicht vorstellen. Also jetzt in der Strohbergungshalle. So. 12 Ballen haben wir draußen. Das ist natürlich auch eine geile Größe, da muss man nicht tausendmal hin und her fahren. Das ist nicht schlecht. Und die mitgelenkte Heckachse ist natürlich wirklich super. Das ist gerade hier bei kleineren Feldern ist das schon echt eine feine Sache. Wenn wir da doch sehr wendig unterwegs sind. Gefällt. Also wie gesagt, Strohbergung auf dem aktuellsten DLC-Stand, ich glaube 1.10. Aktueller geht es da glaube ich nicht. More Realistic ebenfalls aktuell. Gearbox auch. Das hatte ich jetzt mal getestet, denn es war ja vor einiger Zeit, wo es ein Update gab zur Strohbergung. Gab es da ja Probleme mit More Realistic, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Dann gab es da mal noch ein Fix mit More Realistic XML für den Patch 1.10. Und die habe ich mir reingezogen und scheint alles ordentlich zu funktionieren. Also Covid-19. So, ich muss noch mal schauen, ich hatte mal ein sehr, sehr ausführliches Kommentar zur Fruchtfolge bekommen. Das muss ich mir noch mal rauspacken, um zu schauen, was wir jetzt hier nach der Gerste draufschmeißen und vor allem, was wir für einen Düngeansatz haben. Normalerweise würde ich hier Gülle drauf machen, muss man allerdings mit der Frucht auch aufpassen. Also Gülle geht da glaube ich nicht immer, da sich das dann mit Bakterien etc. pp. mit der Frucht ganz schön beißen kann. Darum muss ich ja noch mal lesen und noch mal ein bisschen aufpassen. Gülle haben wir jetzt, ich glaube 47.000 Liter im Bunker. Wie gesagt, für vier Felder und eine ausprägende Menge von 20 Kubik pro Hektar ist das nichts. Das ist das große Problem, was ich habe. Das würde für vier Felder nicht reichen. Mist habe ich ohne Ende, aber bei Mist haben wir ja ebenfalls das Problem. Geht auch nicht immer. Würde ich jetzt Mais draufbringen, ist Gülle glaube ich kein Thema. Verdichtung, Verdichtung können wir uns gleich nochmal anschauen. Da ist auch ein bisschen was passiert hier, während ich hier so arbeite. Lässt sich nicht vermeiden. Aber da schauen wir gleich. Dann haben wir in knappen 30 Minuten das Feld hier fast durchgepresst. Das mit den anderen Pressen und vor allem mit der New Holland, die ich schon mal im Einsatz hatte, so schnell definitiv nicht möglich. Also wenn man es übertreibt, wahrscheinlich schon, aber es sind hier ein Stück über 2 Hektar. Ich glaube sogar 2,4. Schauen wir mal noch, dass wir die Reste, die so rumliegen, mal noch mit aufsammeln. Das hier wird sich mit einarbeiten. Ansonsten, was haben wir jetzt hier noch drin? 16 Ballen könnten wir schaffen. Spritverbrauch ist natürlich 36 Liter. Boah, da geht ein bisschen was durch. Boah, da geht ein bisschen was durch. So, machen wir hier kurz Ruhe, während wir nach vorne fahren. Mal schauen, ob wir noch einen 16. Ballen rausbekommen. 4.560 Liter sind drin, ich glaube nicht. Also wenn ich dann auswerfe, dann schon. Mal kurz die Drehzahl hier anpassen. Ich habe hier so einen True Papel vom Joysticker, das ist irgendwie gar nicht so easy. So, dann war es das auch schon. Die restlichen Ballen, mit Z können wir die abladen. Dann haben wir unseren 16. 17. Ja, 17 Ballen sind es. Ah, das ist sehr schön. Hier haben wir die guten Stücke. 5.800 Liter. 17 Stück an der Zahl für 2,4 Hektar ist okay. Ich wollte euch nochmal schnell die Hektarzahl sagen nach der Ernte. Also die Kubikzahl. Das muss ich mir mal eben schnell auf meinem Tablet hier öffnen. So, und zwar Talbach ertragt. Wir sind hier auf Feld Nummer 3. Die 3 hatte 13,09 Kubikmeter pro Hektar Ertrag. 13,26 ist Feld 16 direkt am Hof. Noch mit stärkste und 12,16 haben wir hier hinten. Das heißt, komischerweise ist es von hier bis hier abfallend. Mal schauen, wie sich das in der Zukunft machen wird. Jetzt können wir nochmal schnell die Verdichtung uns anschauen. Wir sehen, wir haben hier den ersten Grad der Verdichtung. Hin und wieder hier schon ein paar wirklich schroffe Verdichtungen. Bisschen zum zweiten Grad hier am Rand mal den dritten Grad. Ich denke auch, das werden wir mit Scheibenegge oder Gruppe lösen können. Das soll erstmal nicht das Problem sein. Die Maschine hier, die können wir auch erstmal schnell ausmachen. Das brauchen wir jetzt nicht. Ja, alles in allem würde ich sagen, Mission ist gelungen. Lässt sich wunderbar pressen. Gut, hier habe ich noch was, aber Schönheitsfehler. Mache ich dann gleich nochmal allein weg. In Summe bin ich sehr zufrieden. Kann die Big Pack hier eigentlich empfehlen. Ich wüsste nicht, warum man sie nicht nutzen sollte. Das ist ein schönes Modell. Funktioniert wunderbar. Ich denke, die meisten von euch, die das DLC haben, haben die auch schon öfter im Einsatz gehabt. Könnte ich zumindest mit wetten. Ja, an der Stelle soll es das erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Einschalten. Hoffe wieder einiges in den Kommentaren lesen zu können. Ich lese da immer ganz gern mit. Ich lese auch alle Kommentare. Eins sei noch gesagt, für die, die neu sind, alle Mods, die ich verwende, sind in der Videobeschreibung mit drin. Darum, wenn ihr was sucht, einfach mal kurz die Videobeschreibung aufklappen, dann seht ihr das. Also Freunde, vielen Dank. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen da. Wenn nicht, dann ein Däumchen nach unten. Und ich hoffe, wir sehen uns bei den nächsten Videos. Silbers, Husum und Talbach. Je nachdem. Wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ich wünsche euch was. Tschüss.